Hallo, wie kann man sich denn das automatische Testen beim Programmieren visualisieren? Stellt euch vor, ihr wollt ein... Wir gehen mal weg von der ganzen Programmierung, von dem ganzen Computer-Kram. Stellen wir uns vor, wir wollen einen Turm bauen aus so runden Zylindern. Ganz viele runde Zylinder, so, das ist ein runder Zylinder. Und wenn wir jetzt einen Turm bauen wollen, dann stellen wir die ganz viel aufeinander. So, ich stelle den mal hier hin und dann kommt der hier hin und dann kommt der hier hin. Jetzt kann es aber passieren, dass irgendwie, wir haben einen Zylinder recht erwischt, der ist ein bisschen zu groß, der kommt dann so hin. Aber wir merken das gar nicht, wenn wir das aufbauen. Und dann stellen wir den nächsten drauf, so, der ist vielleicht sogar ein bisschen kleiner jetzt wieder. So sieht das dann aus. So, wenn wir jetzt fertig sind, dann müssen wir rausfinden, okay, stimmt denn jetzt alles? Ist jeder Zylinder die gleiche Größe? Gucken wir also hier, passt, hier passt, passt, passt. Okay, hier stimmt was nicht und der ist vielleicht sogar zu klein. Also, da müsste man dann nachher nachgucken. Okay, was würde jetzt passieren, wenn wir automatische Tests hätten? Das kann man sich so vorstellen, als ob wir eine Form hätten. Stellen wir uns vor, zum Beispiel, wir bauen erstmal unseren Zylinder, wir stellen erstmal den ersten Zylinder auf, so. Und was wir dann machen ist, wir nehmen eine Form, die gibt uns genau an, in welcher Größe der Zylinder wo stehen soll. Beispiel, das könnte man sich dann vielleicht so vorstellen. Hier, wir machen mal so ein Viereck da draus, so, könnte das dann vielleicht aussehen, so eine Form. Ich hoffe, man kann sich das vorstellen. Und dann ist hier so ein Loch und nur dieser eine Zylinder passt rein. So, wir haben jetzt diese Form gebaut und können dann messen, okay, passt der Zylinder wirklich rein. So, und dann, was wir dann machen ist, dann wissen wir, okay, der erste Zylinder passt, ja, da können wir jetzt den nächsten Zylinder draufstellen. So, stellen wir den nächsten Zylinder drauf und was wir jetzt machen ist, auch hier wieder machen wir so eine Form, die sieht wieder so ähnlich aus. Hier, so geht das, kann man sich das vorstellen. So, okay, der nächste Zylinder, ach, Moment hier, der Strich muss noch ein, so. So, okay, der nächste Zylinder passt auch entsprechend unserer Form. Aber man könnte jetzt sagen, die Form ist unsere Spezifikation. So, und dann, wir machen jetzt mal, wir nehmen den mal ein bisschen früher hier. Und jetzt setzen wir den anderen, ein bisschen zu großen Zylinder drauf, so. Ein bisschen zu großen Zylinder setzen wir da drauf. Und dann basteln wir wieder, dann basteln wir wieder unsere Form dazu und gucken so, hier, dass das wieder so recht ist, so, so, so. Und dann stellen wir aber fest, Moment. Der Zylinder ist ja viel zu groß, das Loch in unserer Form ist klein. Also, wir gehen jetzt davon aus, dass unsere Form hier absolut perfekt ist. Und dann stellen wir fest, ach, Moment, das ist ja jetzt zu klein. Okay, Moment, dann nehmen wir nochmal kurz die Form weg. Wir nehmen nochmal kurz die Form weg und müssen dann auch nochmal den Zylinder wegnehmen. So, wir brauchen also einen neuen Zylinder, so. Und dann setzen wir einen neuen Zylinder drauf. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben einen Zylinder draufgesetzt, wir haben irgendwas programmiert. Und dann haben wir, das Grüne ist jetzt in unserem Fall unser Test. Unser Test sagt uns, wir setzen unseren Test an. Wir schreiben unseren Test und unser Test sagt dann jetzt in dem Fall, ach, Moment, okay, der Zylinder passt. Oder der Zylinder passt nicht. Das sagt unser Test dann. Das ist, wie man sich an sich erstmal automatische Tests visualisiert vorstellen kann. Und jetzt können wir nochmal einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, was ist denn jetzt Test-Driven Development? Da kann man sich jetzt vorstellen, okay, wir fangen gar nicht erstmal an den Zylinder hinzustellen, sondern wir stellen das Erste, oh, das war jetzt aber ein bisschen doof hier. Okay, das Erste, was wir uns vorstellen ist, das Erste, was wir uns hinstellen ist, das war auch ein blöder Kreis, zipp, okay, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, zuerst stellen wir die Form hin und dann bauen wir den Zylinder rein. Moment, wir können hier nochmal, guck mal, hier geht es innen drin, wir machen mal so eine gepunktete Linie, so. So, das ist unsere Form und jetzt bauen wir quasi unseren Zylinder, jetzt stellen wir den rein und wir können gar nicht einen zu großen Zylinder bauen. Der würde ja gar nicht in die Form reinpassen. Also, wenn wir den jetzt versuchen würden reinzupressen, der würde ja gar nicht reinpassen. Oder vielleicht noch schlimmer, vielleicht haben wir gar keinen Zylinder, vielleicht bauen wir ein Dreieck, so. Oh Gott, wie muss man sich so... Der passt ja auch nicht in die Form rein. Das ist natürlich auch... Das merken wir dann natürlich direkt. Und das heißt, wenn wir erstmal die Form an sich so haben, dann wissen wir, egal was wir da reinstellen, es wird perfekt sein. Natürlich, jetzt kommen irgendwelche Leute und sagen, Moment, Moment, du kannst ja hier ein Dreieck bauen, was klein genug ist. Nein, ja, jetzt kommt nämlich der Clou, wenn du dir... Natürlich kannst du ein Dreieck machen, Moment, nur damit das nochmal besser rauskommt. Ein Blick von oben mal gerade, so, das ist das Loch von dem Ding. Jetzt kannst du dir sagen, du kannst ja einfach auch ein Dreieck reinstellen, das kann man vielleicht so von Kindertagen. Und das passt dann rein, weil es einfach klein genug ist. Der Trick dabei ist dann, die Form nicht nur so zu machen, sondern eine Doppelform, nämlich außen und innen, so zu machen. Achtung. Und dann, ich mach mal hier das Drumherum. Wie gesagt, das ist die Ansicht von oben. Und wenn du dann irgendwas reinstellen willst, so Zylindermäßig, dann muss es H genau hier reinpassen, sonst passt das nicht. Und dann weißt du 100%, es passt. Den Code, den du schreibst, der blaue, passt 100% auf deine Tests. Das ist, wie man sich jetzt Test-Driven-Development vorstellen kann. Zuerst mach ich die Form und dann mach ich die Zylinder dafür. Okay, warum macht man das nicht? Was ist das Problem bei der Sache? Zunächst mal kann man natürlich hier sehen, Achtung, wenn man mal den Aufwand betreibt, wenn man mal den Aufwand anguckt, ich male das jetzt mal hier noch zusätzlich hin. Ich kann leider das Video nicht stoppen, ihr müsst mir gerade zugucken, wie ich das male. So. Also wenn man jetzt guckt, was man hier bauen muss, hier macht man einfach nur Zylinder. Wenn man ordentlich baut, wenn man ganz genau aufpasst, dann wird das schon irgendwie hinhauen. Und dann hat man hier einfach nur ein paar Zylinder gebaut. So. Wenn man jetzt stattdessen das hier baut, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Da muss man hier schon diesen ganzen Drumherum-Kram machen. Man hat also viel, viel mehr Aufwand. Natürlich weiß man dann, okay, die Zylinder passen rein. Einigermaßen. Je nachdem, wir hatten eben hier das Beispiel, das ist natürlich hier genauso. Man kann natürlich hier genauso so ein Dreieck hinstellen und der Zylinder passt dann trotzdem. Da muss man dann natürlich aufpassen. Aber man ist ein bisschen sicherer auf jeden Fall. Aber dafür hat man halt diesen Drumherum-Aufwand. Und wenn man jetzt hier ist, dann hat man, muss man gucken, ist das jetzt mehr Aufwand als das? Das kommt darauf an, wie man die Tests schreibt. Aber in der Regel ist es ein bisschen schwieriger, zumindest aus meiner Erfahrung, ist es ein bisschen schwieriger, hier dann sich vorzustellen, okay, was müssen wir denn machen? Man macht auch viele Sachen dann, zum Beispiel kann es eben passieren, dass man eben so eine Form baut, wie ich das hier eben gezeichnet habe, so eine Form baut und dann irgendwann feststellt, ach, weißt du was, wir bauen das ja gar nicht, wir müssen so machen, das passt schon. Oder noch schlimmer, ihr baut die Form, ihr baut die Form rund und stellt dann fest, oh, verdammt, wir brauchen ja keine Zylinder, wir wollen das Ganze eckig machen, wir müssen also hier die Form nochmal umbauen, das muss jetzt eckig sein. So, nur als Beispiel, wenn wir jetzt hier sagen, okay, es sind keine Zylinder, sondern einfach Rechtecke, dann sagt man, okay, wir bauen einfach das hier alles weg und bauen stattdessen hier Würfel. Oh, das war jetzt nicht cool. So, wir bauen einfach Würfel aufeinander. Das ist also hier kein Problem, man nimmt einfach die Zylinder weg, baut dafür Würfel hin. Und das ist halt der große Punkt, dass man hier dann sagen muss, okay, wir haben jetzt das gebaut, dann bauen wir hier irgendwie was, unseren Code und stellen fest, okay, unser Code ist aber rechteckig, der passt ja jetzt da gar nicht rein, aber der ist schon der richtige Code, na, dann müssen wir das jetzt nochmal umbauen. Im Vergleich jetzt zu diesem Mittelding, wenn man nicht Testdraming geht, dann sagt man ja, okay, wir machen jetzt zum Beispiel erstmal einen Zylinder und dann will man vielleicht hier das Gerüst drumherum bauen, das Ding drumherum bauen, und stellen dann, während man das macht, ach, Moment, 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 das passt ja gar nicht. Wir machen das nochmal weg hier, so, wir machen das nochmal weg hier. Das müssen ja eigentlich Würfel sein hier. Man merkt also im Zweifelsfall schon mal früher, dass hier irgendwas nicht stimmt. So, mit einem Loch drin. So, das heißt, ich will mit diesem Video auf keinen Fall sagen, lasst die Finger von Test-Driven-Development, und ich will auf keinen Fall sagen, automatische Tests sind schlecht oder irgendwas, weil man da viel mehr Aufwand hat. Das sind alles ganz, ganz andere Themen. Hier geht es einfach nur darum, wie kann man sich das visualisieren. Also nochmal zusammenfassend, das hier ist keine Tests. Ich muss schnell schreiben, weil ich das Video nicht anhalten kann. Das sind keine Tests, das sind einfach nur automatische Tests. Und das ist Test-Driven-Development. Man macht also erst die Form, dann den Code. Gut, hier macht man erst den Code, dann die Form. Und hier macht man nur Code und keine Form. Und dann kommt meistens Code raus. Komm, der war tiefliegend, aber der war schon greifbar. Okay, in diesem Sinne, bei Fragen oder Anmerkungen in die Kommentare. Vielen Dank fürs Schauen.